Hallo und Willkommen, ich bin Metal Mario Master und ich bin Daniel B. Wir heißen euch Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2, hier am Filmset. Kamera, Action. Was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir haben das Filmset. Aber das machen wir noch in den Ökoladen. Schneller als ich dachte. Ich habe beim Solospielen sehr viel länger gebraucht. Wir sollten jetzt mal nach da gehen. Nein. Du darfst die Fackel nicht mitnehmen. Juhu. Hier im Leben. Das habe ich auch noch mal. Nein. Stabilieren, als ich nicht gekommen. Mh. Der ist auch ein bisschen mit diesen Jubelengeist hier platt machen. Der. Weh für uns. Das vierte. Aha. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Nein. Ach. Na, nicht mich. Auf mal. Damals steigt ja auch! Damit müssen wir ja auch wieder reisen können. Ach. Wo interfeder ich nacheille? Ja. wenn wir auch wieder die matrix benutzen können ja ich muss schauspielern und nicht geld verdienen aber du kannst auch in die häuser reingehen gehen wir in die häuser rein bevor du millionen verdienst ich glaube dass du hier klettern kannst ich bin genauso los wie du los bin ich ja ja hier ist geld aber geld drin und darum ist noch mehr geld naja wie soll es wieder runterkommen da bewegt sie runter ich glaube da oben ist sogar was ja 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 Oh so soll so einen film drehen ja wo bin ich denn da schon wieder reingeraten das wird eh nicht funktionieren wir müssen weiter die bücher verbrennen die bücher müssen brennen ein wenig ich habe nur ein paar szenen gefunden und also nichts daran liegt wieder ja erstmal solltest du raus aus dem set wir sollten raus aus dem set feuer luigi ich bin sicher dass du in diesem set eine flamme entzünden kannst und damit damit lästige spinnen wählen auszumachen du wolltest nur etwas womit du die flamme zu anderen z transportieren kannst ich auch okay wir packen neben einer großen weide ich hasse blumenwiesen dass die fackel los ja ja brauchen wir brauchen keine hilfe wir machen können erst mal müssen wir die fackel wieder ins studio bringen warte bevor wir weitergehen nein habe ich nicht danke der ganze das ist stück vor ja das schreck macht der welt ja 966 1 hat das macht immer noch keinen sinn magst du sie nicht ich mag sie ein mega da darfst du nicht verwechseln du hast auch nicht verwechselt werden das mega von seinem recht ich habe es ich habe es einfach das zurück was ihm gehört hier gibt du da nicht weg gehen noch nicht auffallen aber ein gesicht hat interessante züge nicht schlecht wirklich nicht was das zeug zum startwerk meine kreativität erwacht endlich wieder zum leben ich glaube wir sollten ich glaube wir sollten nicht warten lassen oder und action Was mögen, Gott sei denn? Dieses Gesicht! Ja, wer kennt den Film nicht, der Zinn hat, der ist Riesen-Luigi. Ja. Und natürlich mit Fluigi. Moment, bleib zurück, wir müssen was anderes machen. Das ist alles, was wir machen müssen. Wir müssen einfach nur seine blauen Flammen zerstoßen. Wollt ihr überhaupt lachen? Aua, da wird die nicht. Soll ich überhaupt lachen? Uuuuaaaahhhh! Lass den an! ich denke also in der whole sind wow ich habe mich ausgelacht wie gut dass ich unsterblich bin ich hasse Godzilla, der zerstört nicht ansaugen, zurückstoßen Alter, es kommt immer näher Was ist das jetzt? Jetzt ist es eine gute Chance, siehster zu werden Abrücken Nice, da haben wir es dir mal gezeigt Das ist eine gute Chance Das ist eine gute Chance Aua Was ist das? Er hat mir hier ich gehe und verdiene mann über jahren naja naja immerhin ist es kein kein geist der uns ans leder wollte ja wohl ein geist auf uns ja naja okay wir sehen sehen wir können wir lassen wir lassen ihn erst mal in ruhe wir können ihn später noch aufsaugen wir können später noch machen wenn er es am wenigsten erwartet die minuten haben wir jetzt noch aber ich denke mal dass wir erst mal von der etage wir können weitergehen man kann aber noch haben da braucht wobei schauen oder so das sollten wir tun und einstecken ja 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 so okay ich glaube dann müssen wir doch erst die katze verfolgen wir haben die katze doch schon mal gesehen in der katze ich habe sie gesehen da ist sie lang musiken gelaufen da rein wir müssen sie verfolgen was sauber machen hier wird nicht sauber gemacht geist beschleuern von anderen geisten so ja aber wo sind das kätzchen ja da drin kommt wieder raus du musst rauskaufen ja ich wollte erst mal umdrehen also hallo darf sie nicht ansehen mach einfach genau das was ich mache kann man erstmal zu mir hin das ist ein stroblitz schon bereits wenn das kitzchen sich die näher setzte genau im richtigen moment ist ein macht einfach dann werden wir stehen dann wenn sie gleich und wenn sie dann nachher anfang uns anzugreifen noch nicht zu früh das war so früh weil anfang und wir sind dann so kommentiert man das ist ja auch nicht jetzt hier blieben wir sind ein api mann jetzt ist die weg kommen die müssen wir uns holen da ist sie ich helfe dir wenn sie an wir müssen eine etage tiefer gehen und jetzt halte ich fest welche etage es ist ja ich hasse die katze wir müssen einfach alle seine will ich dann ist der vollkommen friedlich jetzt stören ja was ein körper vernichtet kommen wir müssen wir müssen die kätzchen verfolgen und zwar schnell bevor es nur irgendwelchen schaden anrichtet ich glaube ich habe mehr schaden meint es nicht weil sie hat unseren aufzug stopp gestohlen oh mein gott wo kommt ihr her ist aber hat man hier nehmen seine ruhe ich habe mal drückt bitte noch mal auf den knopf wir müssen das leben ich glaube ich da sind dass ich mich hier noch mal ich bin aufs glibber was willst du von mir wir haben geil sein müssen die katzen ignorieren als in der richtung ja ich halte den rücken frei muss ich vorgehen erkläre mir das warum muss ich vorgehen also um sieben oder dann werden wir sagen ja da rein wo ist die katze ich glaube sie ist ich glaube sie ist in dem schrank da ist sie umdrehen die hat angst nein was ist denn jetzt los wir haben ich mag zwar katzen aber diese mag ich gar nicht magst du das kätzchen hat das voll voll mies da ist sie die muschi kätzchen das ist es für mich ist es ein muschi kätzchen muss jetzt unbedingt aufgehalten werden beide hast nein was nicht zieh mit dem gerade wirklich daran gezogen ja ich sag es jetzt nicht weil du es jetzt sagen was ich sehe sie ich weiß was zu tun ist hilf mir bitte mal eben du musst jetzt eine glocke dran hängen ja 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 ha 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 er kommt da noch vorne, mädchen ich hau nicht, ich hau hier eine rüber ja und das war es mit dieser pussy ja oder mit diesem musik kätzchen ich denke mal wenn wir mehr zum aufzug kunden haben glaube ich um unseren unsere part länger erreicht ja ja genau können wir gleich alle schon mal in die galerie einbringen bevor wir dann würde ich den park wenden und sie sind zu langsam kann auch schon so schlecht kann ich weiß ich glaube ich glaube du hast die knochen gebrochen aber ich glaube das hat er hat nur zehn damage gemacht hat sich gerade alle knochen gebrochen aber verliert jetzt glaube ich wieder das habe ich nur gemacht um dich zu ärgern auch habe ich gerne gemacht dieses mal wird wir uns keine katze diesen knopf klauen nein der hund macht es nicht ich glaube das war eine ausstellung gewesen das museum gewesen ja das und das finden wir nicht nur aus wenn ich habe wenn das nächste mal weiter geht entschuldigung geistern zu fangen haben und die steine wir sehen doch auch wieder ja ich hoffe ich hatte ja okay dann die augen Galerie. Ah, gut. Eine Zeit mag ich alles haben. Schlingel, Wüterich, Werfer, Knuddler, Blocker, Mini-Schlingel, Mini-Wüterich. Ja, Mann, Schall. Ja, die seltenen Geister bekommen wir eben Wirrwatturm. Ah, okay. Bossgeister, Willkomman, Laura Zimmer, Werner Wachsam, Jacques Cousine, Tasten Torsten, König Spuk, Doktor Töpfer. Ja, der nächste wäre dann... Oh, wir haben einen Ruh. Ach, wir müssen da in die anderen Etagen gehen und dann nur mal alle Räume durchsuchen. Ja. Oh, guck mal an. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Ja. Oh. Ja. 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 Oh, ist das Allland. Ja, es wartet noch ein bisschen Arbeit auf uns. Schön. Schön. Museum. Ja. Ja, Museum. Ja, gut, okay, dann würde ich mal sagen, das warst du für diesen Platz. Warum ist der Tod? Ja, warum ist der Tod? Der guckt uns an. Dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter, aber dann möchtest du auch beides holen? Wollte nicht. Ich würde mir lieber noch einen Goldknochen dazu nehmen, falls mal was passiert. Ja. Das kostet ja unser Tausend. Ich hoffe nachher dann verlangt das Shop, ne? Ja. Boah. Lenden nachgestellt. Oh. Na gut, okay, dann würde ich sagen, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ja. Dann bis dahin und ciao. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020